Und vielleicht seid ihr auch morgen damit in der Bild-Zeitung. Also, meldet, popular ausdrücken und anmeldet, könnt ihr euch dort und dort das Toilste machen, weil wir suchen natürlich auch den besten Tatuts, der Tattoo Expo. Dafür konnten wir uns das um 15 Uhr bewerben, da ist die Anmeldefrist jetzt abgelaufen. Aber alle anderen, die sich heute hier anstechen lassen, haben heute die Chance. Aber trotzdem könnt ihr euch Infos holen, um die Jungs der Helden für Tiere. Und als Seger ist natürlich da, mit denen könnt ihr auch Fotos machen lassen und sein Team. Und in Parallel Order, die Star Wars Stars aus dem Saarland sind da, mit ihren Figuren bedienen. Könnt ihr euch auch ablichten lassen. Wir freuen uns natürlich auf die Zeit. Wir freuen uns drauf. Also, Anmeldung direkt rechts, neben der Bühne, an der Info. Warum nenne ich mich im Namen? Nehmt mich nicht alles. Die ist auch nicht alles. Das trifft sich. So, er hat die rechte Wahrdaten zu bieten. Ein Heiliger Heinrich genannt hat. Heil der Heinrich war. Wir können dir auch einen Stuhl übersetzen. Warte mal. So, du kannst doch mit deinem Bein auf den Stuhl stellen. Und das ist das Bein, wie gut ist das Problem? Unangenehme Haltung. Unangenehme Haltung. Ja, weil mittlerweile liege ich. Vielleicht werden wir den Hai aussehen. Schau hin, ist es das, was ich offensichtlich sehe? Ah, nein. Das ist das, was ich. Untertitelung des ZDF, 2020